ja kommen wir einfach mit meinem einen weg alle anderen perfekt gerollt man die big alejandro ist überall perfekt es gibt einfach keine nicht perfekte alle hier alle handlung da war ich doch schon ich nicht das ist alles so neu ich weiß nicht ob er andere blaupause hat das kann schon sein dass andere blaupause hat es ist ein slatter leaderboard was hat 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 man da wirklich was als ob man wenn es dafür wieder eine rangliste gibt wir müssen ganz oben sein auch wenn der laptop verpackt ist und ich nicht rankommen alter bitte was wave 55 das ist nicht viel ich hätte jetzt mehr erwarte ich komme nicht an der dinge an der steppe eine nette brande ja weil ich dran bin ich jedes mal ein oder was jeder kommt überall spawner naja ich merke das schon gerade weil das macht es kein sinnvoller spawner die grafik ist einfach ultra scheiße super leidner ich habe ich habe ein sniper bild bei was was erwartest du von mir noch der schaden da die zeit ist ein bisschen lang von der von der weg leu mein blauer link wurde aktiviert das ist ja so witzig alter ich habe mich immer so beschert dass man kein movement spitale tödelsgegnerin los wie heißt ein ball what the fuck warum die one shot mit der sniper alles ist ja weiß zwei vier score 291 vielleicht deshalb gerade erholung springt überleit diesen ultra schwach man stark 248.000 der ist one shot tut mir leid also entweder hängt das mit den talenten zusammen der waffe das kopfschuss schaden einfach sofort killt und die tut mir leid aber das ist ultra krank was jetzt irgendwas kaputt warum oder die pick ist einfach komplett broken also richtig es ist unnormal man zerbrechte dass wir wegen sowas den kopf warum ich sie geschrieben habe okay ich hab einfach alle links ab ich hab dich schon längst vergessen dass du wieder mal sowas geschickt hast welchen welt dann spielen wir schon schon fünf okay die ruf in ten meters was ist denn das jetzt für eine für eine mission die rote nebenbei läuft ich hatte gestern auch ich hatte gestern auch außerhalb der tag sondern den versorgungsabwurf ich fache ich war übel überfordert damit aber jetzt kommen wir hätten die gehen aber 131 oder so deswegen habe ich nur wenig schaden oder mäßig schaden so warum waren die 31 und dann meinen die man die das auch mit zufällig dass die level random sind wenn man schießt man irgendwann steht in der witzelfer geht noch vor uns 3 links tun wir leid aber entweder ist das set ultra op oder hier sind vom boss man unter ürdisch was ja da kommen wir nicht an hatte dass sie das geld freunde ich habe auf der alejandro jetzt noch 25 prozent präzision ich kann damit im stamm schießen ohne probleme dann ab dann die sieht so aus die alte die ist so krass besonder mit taktik link aktiv weißt du die rasiert erst alles was achten blink das ist eine feurade von 900 also nochmal zusätzlich mit taktik link so man ist schon wieder alle aber ganz ehrlich das müssen die ändern man das ist sowas von op das mit den links ich meine du hast jetzt mal wieder das gefühl übermächtig zu sein was was du mit dem schild auch hat ist aber das ist zu krank aber ich glaube das gilt echt nur für dich nenne ich fürs team ja ja weil er spieler damit nach stent töte töte vier rote gegner mit mit jedem link dort seiner einfach jeden link ab für zehn sekunden laufen wir waren pvp rein du stirbst nicht und es ist unmöglich dass du stirbst den müssen einzelne die sie das ist ein stark was heißt was heißt die weit irgendwas einsam ja versammeln glaube ich unter mir hindurch ich bekomme die nicht von dir keine antwort ist also das ist es nicht das leute waren einfach alle spielergruppen kann das sein was das wird alle spielergruppen waren es ist auch nicht geändert wird mit dem set zusammen dass wir dann brauchst du nicht mehr spielen und du hast keine gegner mehr im spiel außer pvp ich werde doch gar ganz schnell auf die fresse bekommen alter hier oben ein gelbos die alle kann nur der dritte herrten was machen wegen der freundlichen erinnern aber aber ja auf jeden Fall wenn nicht dass ich jetzt nebenbei ungewöhnlich ich bin übermächtig ich brenne bloß also die m4 geht auch ultra krass ab es ist ja so herzlich die m4 mit dem set mit alter verwalter lm b da oben mit lm b oh ein dicker zusammen todt schotte schotte also diese granaten nerven mal richtig und wie viele verfickte scheiß gegner sind jemand achten kann ich linken warum kann ich nicht linken immun durch das set ich kann nicht linken leider das ist richtig lächerlich die mich auf dem sack da oben an an dieser ecke wieder da wie viel liegt das war raus die vierte bei dir alter wie viel hier rum liegt mehr das ist ja unfassbar jetzt schon der lehrmann sie kommen neue welt ich bin ein bisschen überfordert das ist so krass alter was was gibt es jetzt hier was was ist jetzt hier so ein alter ich bin schon wieder diesen schüler leute was gibt es hier so besonderes das kann jetzt hier drin machen ich habe das jetzt eine von denen von denen es gerne schmerzt von denen wir leben schießt so schnell das ist unfassbar die alle anderen das ist das für eine waffe kaktik link ist also ich finde es gut dass es gibt das finde ich super geil aber wenn es so bleibt bis jetzt ist würdest du so ein casual spiel wie ww ja das stimmt wie viele das ist unfassbar und vor allem ist hier sind ja so viele gegner das ist so leicht ist es ist du kannst ja früh kommt musst du und ww für manche quäste oder ein boss zulten müsste es ja extra eine gruppe suchen jetzt kannst du den post sogar als dd oder flieger alleine machen und es wird sie genauso wenn alle so krass stark sind wie jetzt jetzt sind wir hinter uns die leider von wo kommen die das ist echt bisschen der auswahrer und hätten wir nicht so ein krasses hier wenn das die dauernd überall kommen wenn du einfach nicht immer weiterläuft und kalt ist es ist auch kein problem also das ist ja echt schon mega krass hardcore kann ich jetzt bitte mal diese kiste öffnen was ist denn hier los mein arm schläft mal ein leider nicht gut du kannst dir denn die dinge zu nehmen das ist ja ja ich habe mich ich habe mich ja ich habe mich ich habe mich während wir eine sprache auf dem während nicht vorher überlegen dass wir sagen kann bei mir überlegen und dann so eine Pausen dazwischen lassen ja da kommt wenigstens nur das raus was man auch wirklich denkt aber du bist schon extrem frei da haben sie schon recht gemittelt Natalie würde jetzt sagen woher soll ich wissen dass ich denke wovor ich nicht höre was ich sage die data terminal und jetzt ich habe das ist einfach zusammen zusammen funktion von jedem von jeder neuen änderung dass sie mit dem mit dem data terminal ist doch einfach das neue system und junge taktik link und erholungs link ist ja mal ultra pro zusammen wo wo soll der handel warum dann nochmal taktik link da würde mich verarschen wo soll ich ihn zweimal alter das hört sich nicht mal mehr an wie ein gewehrmann das 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 machen das ist jetzt noch mal schule ich weiß nicht ob er macht du abidu nein ich weiß nur dass wir in der wirtschaftsschule seit was sind diese bps aufgaben man das macht mich gerade voll kirchner ich mache hier alles kirche wir haben das ja nicht jetzt abgeschlossen wo wir nichts gemacht haben und vor allem du bekommst du viel schenke ich sag ja nicht nur gelb und normal ich habe mega ätzend also entweder entweder ist es jetzt die ganze zeit so eine kackmissone dass du nur hin und herren bist wie geführt im battlefield a und b eingenommen wird die ganze hin und her sprinten ja oder das ist halt einfach der story von west side pier aber das glaube ich nicht weil das ist ein bisschen subtil ich habe keine ahnung ich war schon vorhin erschrocken dass es dass es nur in der katzen gibt wo du mit der alten da redest erste verbindung verbündeten heilung so west side pierre kreis habe ich bekommen dass ich das auch drinnen an der wischen tag und handschuhe sehr schön brauche ich nicht ja wenn ich was ich habe sie jeden behälter mit dachshund währung nur mit dachshund währung dein holster des nomaden 4433 dachshund währung und dachshund währung dachshund währung dachshund währung die du bist du dich auch richtig auf herausfreundlich was hier hoch am halben tage stimmt what the fuck auf die fresse von wo bist du eigentlich doch hinter dir weil ich wollte ja ich gerade heilen und mein hiel war dann sogar hinter mir und ich war unter mir kommen wir zurück zu der tür hier eine million schaden ja ich habe keine munition mehr ein bisschen dummer in der pekale ankommen so ich dich auch nicht mehr scheiße kacke ne ist dumm gewehr schön kittet hat er gerade gesagt scheiße ich bin fast genagelt ja ist er weg oh die fresse oh gelb und die über munition aber nicht bei mir verstehe nicht warum ich bei so viel zähigkeit so hart kopf die fresse bekomme alter es ist ja immer noch eine leichte hausverfahren soll ja da sein ne gute deckung bro oh damage du bist halt einfach gefühlt nur noch im rumrennen und was anderes aber was anderes machst du nie ich bin fast tot ich bin fast tot welcher honk schießt denn da mit feuer der cleaner hinter mir kein kleiner hinter dir oh ich will oh man ich kann meinen D3s nicht anlegen na doll warum habe ich jetzt kein link bekommen ich hätte mir umgeschossen sein das ist übel stark mann das ist so stark auch noch mit dem waffenschaden hinter mir warum hinter mir warum hinter mir auch alle sind so viel hinter mir warum und wo fach alter wo 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 da 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 weil ich immun bin durch den linken kann ich dich nicht linken kann ich nicht linken das ist so unlogisch man warum kann ich denn jetzt nicht linken das ist sicher man jod alter bitte was ich kann ihn nicht wiederbeleben man das geht nicht es geht nicht alter ich raste hier gleich vollkommen aus kann ich jetzt bitte mal ich glaube bist du hin ich glaube ich wollte dass ich ein iphone Ist alles super Ein nachter Senkel Ein Iphone Ich hab WLAN aufgeschaut Domi? 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 Domi shit Domi? Untertitelung. BR 2018 so wie hallo 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 guten abend ich bin der präsident hallo 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 wo ist mein handy papi schreib mir bitte mal dass ich nicht höre ja junge ich rede die ganze zeit aber ich höre dich auch nicht mehr ein agent verlässt jetzt geht hin definitiv ak Vielen Dank. Hast du noch nicht weit geschafft. Ich spiele jetzt mal Taktiker. So, jetzt geht er aufs Ganze. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Ich höre schon den Helikoptern, das macht mich übernervös. Vielleicht suchen sie bei euch jemanden. Ja, hier sind wir ja frohe Poster. Dann nehme ich recht ins Sinne. Ah, nee, doch nicht. Lol. Was sind denn diese lilanen Zäune? Oh, jetzt sind sie zu weiß. Cool. Hm? Ich bin jetzt in das Haus gefahren. Ah. Lol. Cool. Es geht, Kids. Oh, das macht wieder was er will. Ich bin jetzt in der Nähe. Oh, komm ja. Ich bin jetzt in der Nähe. Ich bin jetzt in der Nähe, in der Nähe steht. So. Ich bin jetzt in der Nähe, in der Nähe steht. Oh. 기가 war es nicht so ist. Bin bitte auf den Weinbärmung. ich bin wieder nicht heute redest du in den millionen schaden bitte was das müssen wir nicht doch 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 gerade aber was aber nicht nach der zeit von der begale andro ist jetzt nicht die schnellste endlich gesagt wollten wir eigentlich hin so so ne da steht auf der map resistance ich will mal hin und gucken was da ist es ist angeblich ein blitzreisepunkt wir haben den hat nicht entdeckt nicht authentifizierter hinter uns hinter uns sind 34 schuldigkeit endless das ist ja warum haben die das auf der map gemacht ich finde es gut wenn sie mehr droppen aber die sollten noch mehr geilen scheiß droppen ich habe schon exotik bekommen ich bin zufrieden die mieder exotik ist exotik die dritte sind auch wenn wir hier rein geht von alleine oh ja ich wäre ja als nächstes entweder für für untergrund oder für dark song oh man schaut die hier auf schäfer musik so was wollen wir jetzt machen und so was wollen wir jetzt machen wir jetzt